So Cool Das ist ein Fahrstuhl Das ist ein Fahrstuhl Kisten Da bin ich doch gar nicht drin Was ist da? Ich habe einen Logenanzug Das muss ich immer nehmen Ja Das ist ein Fahrstuhl 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 Das fanden Das ist ein Kulass, der D-1. Das ist ein Wettbewerb. Was ist das? Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Töber sind's mit der Schloss. Hey, ich habe den Ofengenerator gefunden. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich hinkomme. Verstanden. Wahrscheinlich die Brennstoffzüge. Die dann da irgendwie reinsetzen. Vielleicht ist das gut. Das war's für mich. Komm her! Oh! Okay, der Ofen ist an. Wie sieht's von dort? 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 Wie kam ich doch her? Wie sieht's von dort? Wie sieht's von dort? Aconfidence? Wie sieht's von dort? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alter, Alter, Alter Irgendwie verstehe ich das gerade nicht So I want to see you guys. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, die Innentemperatur steigt. Und ich habe noch mehr gute Neuigkeiten. Die wären? Kommen Sie zum Observationsraum. Ich erkläre alles weiter unterwegs. Die Necromorphs sind eine Art Medium der Markersignale. Und naja, die Wissenschaftler haben einen Sensor gebaut, um über den Signal-Upstream die Maschine zu finden. Und wo ist der Sensor? Möglicherweise zerstört. Aber ich habe die Pläne gefunden, um einen neuen zu bauen. Ich glaube, ich weiß, wo das hinführt. Oh, das bedeutet selten, was gemacht ist. Oh, das ist das. Oh, das ist das. Plan von denen sprach. Ich sehe hier keine Teile, die wir für diesen Sensor bräuchten, aber es gibt noch ein Forschungslager auf der anderen Seite des Camps. Hier ist ein Schema. Was meinen Sie? Hm. Es sieht aus, als hätten Sie eine Telemetriespitze modifiziert. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber ja, ich glaube, mit den richtigen Teilen kann ich das bauen. Wo ist das andere Lager? Ich schicke die Koordinaten auf Ihre Rick. Wahrscheinlich wird es abgeschottet sein. Hier. Als wir eintrafen, fand ich diese Passcodes. Mit denen kamen wir in dieses Lager. Vielleicht funktionieren sie auch für das andere Gebäude. Hm, wir finden's raus. Bin bald zurück. Wahrscheinlich da vorne, wo ich war, wenn ich reingraben war. Ich hoffe, ich kann genug zusammenstückeln, um die Maschine zu finden. Warum sind Sie noch hier? Bei mir ist alles offen. Sehr nett, die Dame. So, hier brauche ich. Okay, Sie Genies. Frage. Nehmen wir an, dieses stämliche Experiment funktioniert und Sie finden die Maschine. Und dann? Wissen Sie überhaupt, wie Sie sie abschalten sollen? Naja, Admiral Graves erwähnte einen Kodex. Sie sagte, man bräuchte ihn, um die Maschine zu steuern. Ja. Ich konnte ein paar Locks von Dr. Silano recherchieren. Und demnach ist eine Person namens Vorsitzender für die Herstellung dieses Schlüssels wichtig. Hören Sie sich eigentlich mal selbst zu? Sie wissen von diesem Scheiß genauso wenig wie ich? Wenn ich die Teile finde, um einen Sensor herzustellen, finden wir auch die Maschine. Und dann kümmern wir uns um diesen Kodex. Oh, ich glaube. Oh, ich glaube. Oh, ich glaube. Oh, ich glaube.